Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir werden auch beteiligt sein können mit einem kleinen Laternenumzug. Anschließend werden wir singen auf dem Fest. Es ist toll, dass wir eben bei der 1100-Jahr-Feier dabei sein können, dass wir ein Teil davon werden. Denn es ist einfach eine tolle Gelegenheit. Bis zum nächsten Jubiläum wird es noch einige Jahre dauern. Der Laternenumzug startet hier im Evangelischen Kindergarten in Wolfsanger und wird zum Adventsmarkt beim Kiosk Reuter gehen. Zum Adventsmarkt von Wolfsanger. Das war eigentlich eine spontane Idee gewesen. Spontan ist vielleicht falsch gesagt. Es entstand ja schon zur Planungszeit des Festes. Was einfach nochmal schön ist, dass die Kinder nochmal die Gelegenheit haben, mit den Laternen zu ziehen. Und da wir gerne beim Adventsmarkt singen, wie wir das die letzten Jahre auch schon getan haben, war die Idee einfach schön, sich hier zu treffen und gemeinsam dort rüber zu wandern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn die ersten Fröste knistern in den Wald beim bayerischen Moos, geht ein Wispern und ein Flüstern in den Tannenbäumen los. Ein Gekicher und Gesumm ringsherum. Eine Tanne lernt Gedichte, eine Lerche hört ihr zu. Eine dicke alte Fichte sagt verdrießlich, gib doch Ruh. Kerzenlicht und Weihnachtszeit sind noch weit. 21 lange Tage wird gekräuselt und gestürzt und das Wächtchen ohne Frage wunderhübsch herausgeputzt. Wer noch fragt, wieso, warum, der ist dumm. Was das Flüstern hier bedeutet, weiß man selbst zu spazen lässt. Jeder Tannenbaum bereitet sich nur vor aus Weihnachtsfest, denn ein Weihnachtbaum zu sein, das ist fein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017